Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kirchweih. Es ist ein besonderer Tag. Nicht nur ausgelassene Feier und manchmal auch der Spott über die Fehler, die im letzten Jahr passiert sind. Kirchweih ist ein Tag der Gemeinschaft und natürlich auch ein Erinnerungstag. Die Kirche im Ort strahlt bis heute aus, weit über die Grenzen hinaus und ist ein Ort der Ruhe, ein Ort der Besinnung, des Trostes und der Freude. In diesem Jahr ist Kirchweih nur ohne Kirchengebäude möglich. Aber Gott sei Dank ist Kirche da, wo wir sind. Gott kommt zu uns heim. Kirchweih ist überall möglich. Am Anfang ein paar Gedanken dazu. Kirche ist nicht nur ein Gebäude. Kirche ist ein Gefühl. Ein Ort der Ruhe und Sicherheit. Ein Ort, wo man spüren kann, mit seinen tiefsten Sorgen und verstecktesten Gedanken, ist man richtig. Kirche ist nicht nur ein Gebäude. Kirche ist Begegnung. Wir begegnen uns und unterstützen uns im Gesang und Gebet. Wir begegnen Gott in der Bibel. Wir begegnen Fremden, wenn wir in den Fürbitten an sie denken. Kirche ist nicht nur ein Gebäude. Kirche ist ein Ereignis. Überall dort, wo Menschen von ihrem Glauben erzählen. Überall dort, wo Menschen die Liebe Gottes weitergeben. Da ist Kirche. Und da ist auch ein Stück Gottesdienst. Mitten im Leben.